Der Herbst naht und ich möchte dir heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du dich und deinen Körper möglichst gut vorbereiten kannst, damit du ein starkes Immunsystem hast und eben stark in diesen Herbst reingehst. Ich werde dir auf jeden Fall auch noch meine in Anführungsstrichen Geheimwaffe mit auf den Weg geben oder erzählen, was das ist. Wenn ich so das Gefühl habe, ich werde krank, dann habe ich ein Mittel, was ich dann gerne nehme und was mir super gut hilft. Aber ich möchte vor allem eben auch über Ernährung und Lebensstil und solche Dinge sprechen, die dir helfen, dich schon von Grund auf zu stärken, dass du solche Hilfsmittel vielleicht gar nicht brauchst. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 115 vom Darmglück-Podcast. Hier spricht Julia Gruber, deine Gastgeberin und heute geht es ums Thema Immunsystem stärken, um sich auf den Herbst vorzubereiten. Heute ist es bei mir ein bisschen laut im Hintergrund. Ich bin mir nicht sicher, ob du das vielleicht hörst. Hier sind die Kühe vor meinem Fenster und die tragen alle Glocken. Und auch mein Hund ist im Moment gerade so ein bisschen unruhig. Und von dem her, mal gucken, wie das heute so geht und ob dich die Hintergrundgeräusche stören. Lass uns aber gleich loslegen. Und zwar mit dem ersten und wichtigsten Punkt aus meiner Sicht, wenn du was für dein Immunsystem tun möchtest, dann ist ganz wichtig, dass du dich anti-entzündlich ernährst. Denn ich habe darüber auch schon mehrfach gesprochen hier im Podcast. Ich werde in den Folgenotizen dann auch gerne verlinken auf entsprechende Folgen, wo ich schon mal über das Thema Ernährung gesprochen habe. Ich möchte es aber gerne nochmal so ein bisschen erklären und vielleicht auch nochmal auf die Wichtigkeit hindeuten. Denn anti-entzündliche Ernährung ist das Beste, was du im Moment tun kannst, um deinen Körper eigentlich in die Lage zu versetzen, eben mit allen Angriffen von außen auch gut umgehen zu können. Denn anti-entzündlich bedeutet einfach, dass du Nahrungsmittel isst, die eben reich sind, zum Beispiel an Antioxidantien, wie zum Beispiel Gemüse und auch Obst in Maßen, sage ich jetzt mal. Wichtig ist nämlich bei einer anti-entzündlichen Ernährung vor allem, dass du auf deinen Zuckerspiegel achtest. Also nicht zu viel Zucker zu dir nimmst, was heißt zu viel grundsätzlich, sind wir darauf programmiert, genetisch auf 30 Gramm Zucker pro Tag. Und das ist gar nicht mal so wahnsinnig viel. Also in einem Apfel zum Beispiel stecken 10 Gramm Zucker. Warum reite ich so auf dem Zucker rum, fragst du dich vielleicht? Und ich habe gerade letztens wieder gelesen, dass man Zucker reduzieren soll wegen der Kalorien. Das hat mit den Kalorien eigentlich herzlich wenig zu tun. Zucker hat ja nicht mal so viel Kalorien. Fett hat viel mehr Kalorien, wenn man jetzt danach gehen wollen würde. Das Problem beim Zucker ist, je mehr Zucker du isst, vor allem eben auch schnelle Kohlenhydrate oder eben schnelle Zucker, desto schneller steigt dein Zuckerspiegel im Blut. Je schneller der Zuckerspiegel im Blut ansteigt, desto mehr Insulin produziert dein Körper. Und je mehr Insulin dein Körper produziert, desto schneller sinkt dann dein Zuckerspiegel auch wieder ab. Und da kommst du dann eben auch in so einen sogenannten Unterzucker, also in einen Heißhunger rein, vielleicht auch in eine schlechte Laune. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, also wenn ich jetzt nicht sofort was zu essen kriege, dann werde ich richtig aggressiv. Und das hat eben auch mit diesem Unterzucker zu tun. Das heißt, der Zucker bewirkt, dass du schneller wieder Hunger bekommst, dass du dann somit auch mehr isst und dass du meistens dann auch zu Dingen greifst, die nicht besonders gesund sind, weil du ja eben schnell was brauchst. Das passiert natürlich dann auch oft, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Also wenn man eben sich nicht vorher überlegt, was man isst, dann kauft man sich sehr oft eben irgendwo beim Bäcker oder beim Kiosk oder irgendwo was, weil man eben schnell was braucht. Also da ist die Gefahr relativ groß. Außerdem ist es so, dass wenn man in so einen Unterzucker reinkommt, man natürlich auch dann Heißhunger auf Süßes hat meistens. Also und dass sich Überessen natürlich nicht gesund ist, das kannst du dir bestimmt vorstellen, weil das ja meistens dann auch zu erhöhtem Gewicht führt und so weiter. Also das ist mal so der eine Grund, warum ich sage Zucker reduzieren. Das andere ist, dass viel Insulin dann eben auch bewirkt, dass mehr Stresshormone im Körper sind. Insulin ist auch ein Hormon übrigens und hat eben Auswirkungen auf Stress. Also je mehr Zucker du isst, desto mehr Stress hast du und desto mehr Entzündungen entstehen im Körper. Und Entzündungen ist etwas, was wir vermeiden wollen, insbesondere zu Zeiten, wo eben irgendwelche Viren rumschwirren, sage ich jetzt mal, und vielleicht bewirken können, dass wir krank werden. Und wenn wir dann eh schon einen entzündlichen Prozess im Körper haben, dann kann das natürlich erst recht aufflammen. Und das möchten wir unbedingt verhindern. Du kannst dir das so vorstellen, wie wenn irgendwo so einen Schwelbrannt oder nicht ein Schwelbrannt, sondern halt so eine Glut zum Beispiel vorhanden ist, dann braucht es halt nur einen Funken und das Feuer lodert. Und so ähnlich ist das im Körper auch. Also wenn immer leichte Entzündungen vorhanden sind, dann bedeutet das, wenn dann ein Prozess in Gang gesetzt wird, wo eben eine Entzündung ja auch gewollt ist. Also unser Immunsystem kreiert ja Entzündungen, um etwas abzuwehren. Also das ist quasi, das ist auch gut so. Also es wäre schlecht, wenn unser Körper keine Entzündung bilden könnte. Aber wenn halt schon eine leichte Entzündung vorhanden ist und dann kommt noch eine Entzündung hinzu, dann passiert es eben, dass es zu einem Großbrand kommt sozusagen. Und dass dann vielleicht unser Immunsystem eben nicht mehr in der Lage ist, das abzuwehren. Und deswegen ist diese anti-entzündliche Ernährung ebenso wichtig. Also jetzt haben wir mal gesagt, Zucker ist auf jeden Fall ein großer Punkt bei der anti-entzündlichen Ernährung. Also Zucker reduzieren. Und mit Zucker meine ich auch Obst. Also das heißt nicht, dass du kein Obst essen kannst bei einer anti-entzündlichen Ernährung. Aber es bedeutet halt, dass du da ein bisschen auf die Menge achtest und auch auf die, ich sag mal, Häufigkeit der Nahrungsaufnahme. Ich empfehle bei einer anti-entzündlichen Ernährung, dass du dich möglichst nur dreimal am Tag ernährst oder dass du nur dreimal am Tag isst. Und das bedeutet, dass du zwischen den Mahlzeiten eben vier bis fünf Stunden Pause, manchmal länger, über Nacht sowieso länger, Zeit hast oder deinem Körper Zeit gibst, um sich eben wieder zu regenerieren, um zu verdauen, um das Insulin wieder runterzubekommen. Und das hat dann eben positive Auswirkungen auf die Entzündungsprozesse, aber eben auch auf dein Immunsystem. Und damit du das tun kannst, habe ich ja vorhin erklärt, je mehr Zucker du isst, desto schneller bekommst du Hunger. Also viele Leute können sich heute nicht mal mehr vorstellen, fünf Stunden ohne Nahrung zu sein, weil sie nach zwei Stunden schon wieder so einen Heißhunger haben. Und dieser Heißhunger kommt aber nicht davon, dass sie zu wenig gegessen haben, sondern dass der Insulinspiegel zu hoch war und somit eben dann der Zuckerspiegel zu schnell abgebaut wurde. Und damit du eben das überhaupt quasi durchhältst, wenn ich das mal so nennen darf, nur dreimal am Tag zu essen, ist es eben wichtig, sich kohlenhydratbewusst zu ernähren. Nicht kohlenhydratlos, aber kohlenhydratbewusst. Kohlenhydrate übrigens sind ja auch in Gemüse und Obst enthalten. Also mit Kohlenhydrate meine ich jetzt nicht nur Brot und Nudeln, sondern grundsätzlich alle pflanzliche Nahrung enthält immer auch Kohlenhydrate. Und dass man sich da einfach bewusst ist, ja, ich brauche Kohlenhydrate, aber ich brauche auch Fett und ich brauche auch Eiweiß. Und so würde ich das eigentlich angehen. Das heißt, wichtig ist, von allen drei Quellen etwas auf deinem Teller zu haben, zu achten, dass du genügend Eiweiß und genügend Fett hast, weil das ist eigentlich für die Sättigung zuständig und nicht, wie viele Leute denken, die Kohlenhydrate. Die Sättigung kommt eigentlich von Eiweiß und Fett. Und die Antioxidantien, die ich ja schon erwähnt hatte, die wichtig sind, um Entzündungen entgegenzuwirken, kommen dann aus den Kohlenhydraten, aus dem Gemüse und Obst. Und deswegen empfehle ich eigentlich immer, die Hälfte des Tellers sollte aus Gemüse bestehen, dann einen guten Anteil Eiweiß und noch ein wenig Fett dazu, und zwar gute Fette. Und mit guten Fetten meine ich vor allem Olivenöl, kaltgepresstes Kokosöl, auch Butter oder Ghee sind gute Quellen. Man kann, wenn man da gute Qualität verwendet, auch mal ein Leinöl einsetzen oder auch mal ein Rapsöl. Es gibt halt Öle, die haben mehr Omega-3-Fettsäuren ganz bekannt sind natürlich Omega-3-Öle und eigentlich auch das Fett eben aus Kaltwasser-Meeresfisch. Also auch Fisch oder eben Dinge wie Avocado oder Nüsse sind natürlich auch Fettlieferanten. Und der Vorteil von diesen Omega-3-Fettsäuren ist tatsächlich, dass es eben das Immunsystem unterstützt, dass es das Blut quasi fließfähig macht. Da komme ich nachher noch kurz drauf zu sprechen. Und dass es eben Entzündungen entgegenwirkt. Das Problem bei Kaltwasser-Meeresfisch ist halt einfach die Belastung der Meere mit Mikroplastik, mit Schwermetallen und so weiter. Und deswegen kann man heutzutage eigentlich mit gutem Gewissen Meeresfisch fast gar nicht mehr empfehlen. Und Zuchtfisch, Biofisch ist eigentlich auch nicht wirklich über alle Zweifel erhaben. Erstens mal müsste man wissen, was die auch tatsächlich gefüttert bekommen. Und sie haben halt meines Wissens weniger von diesem Omega-3-Fett drin, weil sie halt auch unter Zuchtbedingungen sozusagen leben. Und von dem her ist eine gute Omega-3-Quelle gar nicht mal so leicht zu finden. Es gibt Omega-3-Kapseln. Und da ist es natürlich wichtig, dass die gereinigt sind. Eben, dass da kein Schwermetall drin ist. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit, die wir bei uns auch im Sortiment haben. Sonst, also wenn wir nicht dahinter stehen würden, hätten wir es nicht. Und von dem her, es gibt schon Produkte, die da gut sind. Es gibt aber auch eben, wie gesagt, Öle, wie zum Beispiel Leinöl und so weiter, wo Omega-3-Fettsäuren drin sind. Allerdings ist es so, dass aus pflanzlichen Nahrungsmitteln halt nur sehr wenig Omega-3 tatsächlich, also in EPA und DHA in diese Fettsäuren umgewandelt werden kann, die wir eben brauchen, um für das Immunsystem auch die entsprechende Wirkung zu haben und gegen Entzündungen. Das ist halt so ein Thema. Ich finde es relativ schwer, auch für mich als quasi Fachperson, da wirklich einen guten Tipp zu geben. Aber ich glaube, es macht durchaus Sinn, im Winter, wenn man schon so das Gefühl hat, mein Immunsystem ist vielleicht ein bisschen am Anschlag, doch da eher auch mal zu halt Omega-3-Kapseln zu greifen. Es gibt auch Algenpräparate, solche Dinge. Also da kannst du dich einfach mal informieren. Du findest bestimmt gute Quellen da auch für pflanzliches Omega-3, wenn du danach suchst. Wichtig ist tatsächlich immer, dass es auch Schwermetall geprüft ist. Dann gibt es auch, ich sag mal, Omega-3-Quellen eben aus der Nahrung, die nicht aus dem Fisch ist, also eben auch Nüsse, Walnüsse, solche Sachen. Wie gesagt, bei Pflanzen halt immer ein bisschen schwieriger. Aber Wildfleisch ist auch noch was für diejenigen unter euch, die Fleisch zu sich nehmen. Wenn es tatsächlich eben auch wild gelebt hat und draußen halt artgerecht sich ernähren konnte, dann ist es auf jeden Fall auch eine Quelle für Omega-3-Fette. Ja, was gibt es noch zu sagen zur Ernährung? Ich glaube, das sind schon die wichtigsten Sachen. A, etwas, was ich jetzt einfach vorausgesetzt habe, aber was dir vielleicht, je nachdem, wenn du neu beim Podcast bist, gar nicht so klar ist, ist, dass ich natürlich empfehle, also echte Nahrung zu essen, natürliche Nahrung, keine Industrienahrung, keine Fertiggerichte, weil gerade in diesen Fertiggerichten oft eben auch entzündungsförderliche Fette drin sind, gehärtete Fette, weil da Zusatzstoffe, Konservierungsmittel und so weiter drin sind und eben oft auch gar nicht so hochwertige Zutaten verwendet werden, weil unterm Strich sollen Fertigprodukte ja auch günstig sein. Und deswegen empfehle ich dir tatsächlich nur echte Nahrung zu essen. Und für mich ist diese Ernährung eigentlich die Basis von allem. Und wenn du das schon mal richtig umsetzt, dann tust du ganz viel Gutes für dein Immunsystem und dann musst du auch nicht Angst haben, sofort immer krank zu werden. Natürlich ist die Darmgesundheit ein wichtiger Aspekt. Das Immunsystem sitzt zum großen Teil im Darm. Diese Art von Ernährung, wie ich es jetzt beschrieben habe, unterstützt natürlich deinen Darm und von dem her unterstützt es auch das Immunsystem. Was du weiter tun kannst, ist natürlich dich bewegen und vor allem draußen in der Natur sein, egal wie das Wetter ist. Also besorg dir gute Kleidung. Es gibt heute für jedes Wetter die ideale Kleidung und von dem her gibt es eigentlich auch keine Ausrede. Das Wetter ist zu schlecht, ich kann nicht raus. Also mach es dir zur Gewohnheit, dass du jeden Tag mindestens einmal draußen bist. Und wenn du draußen bist, dann achte auch darauf, dass du gut und tief einatmest, dass du wirklich auch an Orte gehst, wo auch ein bisschen Natur vorhanden ist. Also ich würde dir jetzt nicht empfehlen, nur irgendwie in der Großstadt an der Hauptstraße auf und ab zu gehen, sondern nimm dir die Zeit, auch irgendwo hinzufahren, wo ein bisschen grün ist. Grün ist ganz, ganz wichtig, auch für unsere Augen sozusagen, dass wir tatsächlich eben auch im Grünen sind. Und draußen, wenn du draußen bist, würde ich mir auch die Zeit nehmen, das einfach bewusst wahrzunehmen, bewusst zu genießen und da dann nicht, ja, ich sage jetzt mal, nur zu telefonieren oder irgendeinen Podcast zu hören oder, ja, dich total abzulenken, sondern da auch wirklich mal fünf, zehn Minuten dir die Zeit nehmen, die Dankbarkeit zu spüren und die Energie zu spüren, die so einen Aufenthalt an der Natur eben auch mit sich bringt. Überhaupt ein bisschen entschleunigen, Bewusstsein für das, was in deiner Umgebung sich abspielt und dir auch immer wieder Zeit zu nehmen für gute Gefühle, sage ich jetzt mal. Eben Dankbarkeit habe ich vorhin erwähnt. Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Immunbooster sozusagen. Also, selbst wenn du in einer schwierigen Situation bist, selbst wenn es dir gerade nicht gut geht, du findest immer irgendetwas, wofür du dankbar sein kannst. Ich weiß, dass es Menschen gibt, denen das schwerfällt. Also, ich habe das mit Kunden auch schon gemacht, diese Übung, mal aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Und ich habe tatsächlich immer wieder Menschen gehabt, die gesagt haben, mir fällt nichts ein. Es können ganz simple Dinge sein, wie ich habe heute genügend Kleider am Körper, um mich warm zu halten. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich bin am Leben. Letzten Endes kannst du schon dafür dankbar sein. Also, es gibt so viele Dinge. Und die können ganz klein sein. Ich habe heute Morgen einen Vogel gesehen. Ich freue mich über die Kühe, die hier grasen, was auch immer. Also, es gibt wirklich viele Dinge, über die du dankbar sein kannst. Und da empfehle ich dir auch dann halt, dir die Zeit zu nehmen, wenn dir gerade nichts einfällt. Schon nur, dass du die Zeit hast, dir das zu überlegen. Das kann man auch dankbar sein für. Also, finde Dinge, für die du dankbar bist. Und ich empfehle dir auch, immer wieder in eine positive Stimmung reinzukommen. Jetzt klar, sagst du vielleicht, Julia, mir geht es im Moment überhaupt nicht gut. Alles ist schwierig. Verstehe ich total. Und trotzdem kannst du, hast du die Wahl, auch deine Aufmerksamkeit immer wieder auf etwas Positives zu lenken. Und da gibt es tolle Hilfsmittel, wie zum Beispiel Bücher, die dir Kraft geben. Oder Podcasts. Ich habe zum Beispiel von meinem Coach, Jim Fortin, höre ich sehr gerne seinen Podcast. Weil einfach schon nur, wenn ich seine Stimme höre, bringt mich das in eine positive Schwingung. Und ich freue mich dann einfach. Also, dann geht es mir immer gut. Und so such dir halt die Dinge aus. Vielleicht hast du ein Lieblingslied, was du hören kannst. Such dir Dinge aus, die dich immer wieder in eine positive Schwingung oder in eine positive Stimmung bringen. Und besonders wichtig finde ich das, wenn du Nachrichten dir anschaust, einfach so die ganzen Massenmedien mit ihren Informationen, die auf uns einprallen. Ich persönlich minimiere das so gut ich kann und höre eigentlich überhaupt keine Nachrichten oder schaue mir auch keine an. Wenn du das aber möchtest, weil du informiert sein möchtest, etc., dann schau dir das ruhig an. Aber ich empfehle dir, dass du die gleiche Zeit, die du dafür aufwendest, für diese Nachrichten zu schauen, also sagen wir mal, du schaust eine halbe Stunde Nachrichten, dass du dir dann eine halbe Stunde nimmst und etwas Positives, Aufbauendes, Konstruktives dir anhörst. Einfach als Ausgleich. Und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber auch das stärkt dein Immunsystem, weil Stress schwächt das Immunsystem und die ganze Zeit schlechte Nachrichten, angstbringende Informationen. Ja, die Nachrichten sind halt voll von schlechten Meldungen und das erhöht definitiv deinen Stresspegel im Körper. Und dem kannst du halt entgegenwirken, indem du dann wieder positive Dinge konsumierst, in Anführungsstrichen. Auch Tiere streicheln soll eine sehr Anti-Stress-Wirkung haben. Also falls du eine Katze oder einen Hund hast, verbring wirklich auch bewusst Zeit mit ihnen, streichel sie. Das hilft dir, deinen Stresspegel wieder runterzuholen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, bevor ich dann noch auf meine Geheimwaffe zu sprechen komme, ist, such dir gleichgesinnte Menschen. Such dir Menschen in deinem Leben, die dich in positive Stimmung versetzen, respektive mit denen du über positive Dinge sprechen kannst, mit denen du dich wohlfühlst, wo du dich nicht verstellst, wo du bist, wie du bist und wo ihr gemeinsam auch vielleicht euch Abenteuer ausdenken könnt, Dinge unternehmen könnt, über die Dinge sprecht, die wirklich wichtig sind für euch. Und das, finde ich, ist auch immer noch was, was ganz viel bewirkt, um eben gute Abwehrkräfte zu haben. Dieses Wissen, du bist nicht allein. Und ja, das sind so die Tipps. Also erster Tipp war anti-entzündliche Ernährung. Das ist eigentlich gerade der wichtigste Punkt, wenn es ums Immunsystem geht. Der nächste Tipp war draußen in der Natur sein und die Natur auch genießen. Und der nächste Tipp war Dankbarkeit und Positivität in dein Leben bringen. Und der letzte Tipp, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Jetzt hatte ich gesagt, eben meine Geheimwaffe, die ich habe, wenn ich merke, dass vielleicht doch was im Anflug ist. Also sagen wir mal, ich habe einen leicht kratzigen Hals oder ja, ich fühle mich einfach so ein bisschen abgeschlagen oder ja, es gibt so Anzeichen, wo ich einfach daran festmachen kann, vielleicht kriege ich doch jetzt einen Schnupfen oder eine Grippe oder irgendwas. Dann nehme ich Kolostrum. Kolostrum ist ein Produkt, was wir bei uns auch im Sortiment haben. was aus der Erstmilch der Kuh gewonnen wird und wo halt Immunglobuline mit drin sind, die du so eigentlich, indem du das trinkst, direkt in deinen Körper reinbekommst. Unser Kolostrum ist kaltfiltriert und entkaseiniert. Also das können auch Menschen nehmen, die sonst mit Laktose Probleme haben. Und wichtig ist eben dieses Kaltfiltriert, dass es eben nicht erhitzt wurde. Es gibt tatsächlich auch pasteurisiertes Kolostrum. Davon spreche ich nicht. Das nützt dir nichts, sondern es sollte tatsächlich eben kaltfiltriert sein. Jetzt kommt oft die Frage, ja, aber Erstmilch der Kuh, das gehört doch den Kälbchen. Es ist tatsächlich so, dass eben die Kühe mehr davon produzieren, als für die Kälbchen benötigt wird. Wir haben mal mit einer Bäuerin gesprochen, die gesagt hat, sie schmeißt das sogar weg. Also sie hat zu viel davon und sie kann es gar nicht alles gebrauchen. Und bei unserem Hersteller ist es tatsächlich so, dass nur das verwendet wird, was eben Überschuss ist, was eben die Kälbchen nicht brauchen. Und ich habe eigentlich in den Wintermonaten oder auch Herbst immer so ein Fläschchen Kolostrum bei mir im Kühlschrank. Also ich spreche jetzt vom flüssigen Kolostrum. Und wie gesagt, also mir hilft es super, wenn ich so auch mal vielleicht sehr gestresst bin oder eben so das Gefühl habe, ich werde so ein bisschen kränklich, dann nehme ich das sofort. Und in so einem Fläschchen ist auch nicht viel drin. Also es ist auch nicht ganz günstig, muss ich zugeben. Und das dauert dann, hält so ungefähr drei Tage. Also ich nehme dann 30 Milliliter davon pro Tag und das hilft mir super. Und wir haben auch von ganz vielen Kunden schon die Rückmeldung bekommen, dass es ihnen super hilft, auch wenn sie so Halsschmerzen zum Beispiel haben, kann man damit gurgeln. Man kann sich den Mund ausspülen damit, wenn man so kleine Verletzungen hat oder eben Zahnfleischbluten oder Apften. Es geht super schnell weg. Also es ist wirklich, darum nenne ich es Geheimwaffe, weil es einfach so super schnell wirkt. Jetzt ist es natürlich kein veganes Produkt, also für Veganer nicht geeignet. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie du dein Immunsystem stärken kannst, ohne jetzt unbedingt Kolostrum zu nehmen. Es gibt Vitamin D, ist sicherlich wichtig. Ah, das ist vielleicht noch was, was ich dir auch raten kann. Ruhig mal Ende Sommer deinen Vitamin D-Spiegel testen, gucken, wie hoch bist du und reicht es tatsächlich, dass du auch im Winter gut versorgt bist. Viele Leute sind es nicht und müssen im Winter auf jeden Fall noch Vitamin D dazunehmen. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Omega-3 hatte ich ja erwähnt, also man kann ruhig im Winter auch mal Omega-3-Kapseln nehmen. Wir bei uns haben noch das Histahit im Sortiment, wo halt Zink drin ist und Querzetin. Das sind so Dinge, die ich im Moment sehr empfehlen kann, gerade wenn man Angst vor Viren hat. Neu werden wir noch das Oreganoöl im Sortiment aufnehmen, was auch super ist, um Bakterien und Viren zumindest ein bisschen vorzubeugen. Und Multivitamin ist auch im Winter nicht verkehrt, haben wir das Basis-Care Plus. Wollte ich einfach mal noch erwähnen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Wichtig ist mir vielleicht als Fazit auch noch mal zu sagen, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir aus dieser Opferrolle, in die wir im Moment reingeschoben werden, meiner Meinung nach, gerade was die Massenmedien anbelangt. Es wird uns ja überall gesagt, wir müssen zwingend etwas Künstliches in unseren Körper reinspritzen lassen, damit wir überhaupt eine Chance darauf haben, gesund zu bleiben. Und da habe ich einfach meine Zweifel, denn wir können sehr viel tun. Es ist wichtig, dass wir Verantwortung für unseren Körper übernehmen, meiner Meinung nach, und für unsere Gesundheit. Und ein anti-entzündlicher Ernährungsstil, aber eben auch Lebensstil, ist das A und O für unsere Gesundheit. Und wir können sehr viel mehr machen, als viele Menschen uns glauben lassen wollen. Und für mich, dieses viel zitierte Wort Solidarität hat eben auch damit zu tun, dass ich alles dafür tue, dass ich gesund bleibe. Und die meisten Menschen, die von Solidarität sprechen oder andere Menschen sogar dazu nötigen wollen, sich solidarisch zu zeigen, wenn man sie dann mal fragt, ja, was tust du denn für dich, für deinen Körper, für dein Immunsystem, sind da relativ schwach auf der Brust. Also Bewegung, positive Gedanken, draußen sein, sich Zeit für sich nehmen, Anti-Stress-Maßnahmen einsetzen und sich eben gesund ernähren, sind alles Dinge, die aus meiner Sicht zum Thema Solidarität zwingend dazugehören. Weil Solidarität bedeutet vor allem, ich gucke, dass es mir gut geht. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Falls du unsere Produkte ausprobieren möchtest, haben wir ja für alle Podcast-Hörer auch einen Gutschein und der heißt Podcast 15. Das heißt, wenn du auf www.arktisbiopharma.ch schrägstrich Shop gehst oder wenn du im EU-Raum lebst auf arktisbiopharma.de, dann kannst du im Gutscheinfeld eben dieses Podcast 15, kleingeschrieben, alles aneinander eingeben und du bekommst 15% Rabatt. Jetzt wünsche ich dir eine gute restliche Woche und hoffe, du tust möglichst viel, um dein Immunsystem zu stärken. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Lena Schwind. Sie hat ein Buch geschrieben über Ayurveda und Darm. Und da freue ich mich schon sehr auf dieses Interview und hoffe, dass du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dann! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 vieles ist eine Zeit assumes.